Und wir sind da, im Key West, am südlichsten Punkt der kontinentalen USA. Ihr kennt diesen Polar, diesen Touristen-Pollar, der ist... Und da ein Foto zu machen, stehst du bis ganz da hinten an. Das ist uns zu blöd, wir kommen einfach im Winter nochmal, wir wohnen ja hier. Wir haben noch Glück mit dem Wetter, der Planet brennt, der Himmel ist blau. Guckt euch mal das Meer an. Die Key West ist super schnuffig. Ich glaube, hier kann man mal ein Hotel nehmen und echt so ein paar Tage Sommerurlaub machen oder sowas. Es ist echt nett hier, aber ganz schön, ganz schön voll. So, wir sind da, wir gucken jetzt noch ein bisschen rum und schauen mal, was wir hier noch so machen und fahren dann später wieder nach Hause. Tschüss dann. Tschüss dann.